Willkommen zu einem neuen Video, hier ist Tim von Trading Freaks. Heute sprechen wir über die Frage, wie oft handelt ein Daytrader. Ich werde dir zeigen, warum die Trade-Frequenz überhaupt nichts über den Stil des Daytraders aussagt. Meine Erfahrungen dazu, bleibt dran. Wie oft handelt ein Daytrader so unter der Woche? Ich werde die Frage definitiv beantworten, auch darauf eingehen, wie ich es mache hier bei uns im Team und werde, weil ich Zeitmanagement und Effizienz liebe, da auch nicht lang drumherum schwafeln, wie es vielleicht der ein oder andere Mitbewerber von mir macht. Aber ich möchte einmal zwei Dinge dazu noch erklären, damit man das in der richtigen Perspektive sieht, das Thema. Wir haben drei Trading-Stile, Scalping, Daytrading, Swingtrading. Einen vierten, wenn man Positions-Trading noch mit hinzunehmen. Der Scalper handelt sehr, sehr kurzfristig, hält die Trades nur für ein paar Minuten. Ein Daytrader bis zum Ende des Tages, je nachdem auch mal ein, zwei Stunden und dann haben wir noch die Swingtrader, die dann eben über mehrere Tage oder Wochen so einen Trade halten können. Das generelle Credo dazu lautet dann eben, ja, die, die kurzfristig reagieren, handeln dafür mehr, machen mehr Trades und der Swingtrader, das ist ein gemütlicherer Trading-Stil, deshalb hast du vielleicht nur ein, zwei Trades pro Woche und deshalb ist das für Berufstätige gut geeignet. Das stimmt nicht. Als Traderin, als Trader muss es dein Ziel sein, von diesen drei Trading-Stilen den zu finden, der dir am besten zusagt, wo du die Disziplin hast, den auch durchzuhalten. Ja, also nicht nur den Trade zu setzen, sondern auch diszipliniert deinem Regelwerk bis zum Ende zu folgen. Und wenn du merkst, Swingtrading ist für dich nichts, weil du das nicht aushältst, dass der Trade, der vielleicht gut im Buchgewinn war, durch einen Swing in die andere Richtung auch nochmal die Hälfte wieder abgibt und du einfach, ähnlich wie ich übrigens, das dann eben magst, im Scalping oder im Daytrading zu arbeiten, ja, dann hör auf diese innere Stimme, denn das ist ganz, ganz wichtig. Zwing dir keinen Trading-Stil auf, den du nicht gebrauchen kannst. So, und dann kommen wir nämlich auch schon zu dem Thema, wie oft handelt man denn so. Es ist wichtig, dass du eine Strategie hast oder eben auch zwei oder drei oder vier. In Summe nennen wir das Ding dann Strategien-Portfolio. Das kann sein, dass du eine DAX-Strategie hast, dann hast du noch ein oder zwei für den Forex-Markt, dann hast du welche für den Aktienmarkt, vielleicht noch Rohstoffe oder Krypto und dann eben ergibt sich dieses Portfolio. Je nach Uhrzeit, je nach Marktlage nutzt du vielleicht nur zwei von vier. Und je mehr du natürlich in diesem Portfolio hast, desto öfter kannst du auch traden. Bei uns im Team ist es so, wir haben mit Forex begonnen, wir haben rund um Corona Aktien mit hinzugenommen. Immer unter diesem Schirm des News-Tradings. Wir kombinieren fundamentale Informationen, Parameter, Nachrichten, Datensätze mit charttechnischen Dingen, mit Volumen und haben aus diesen drei Puzzleteilen dann klares Setups entworfen. Die haben wir nicht alle selber erfunden. Ich habe einen Teil bei einem Hedgefonds gelernt, einen anderen über eine Propfirma aus Amerika mit aufgenommen und die haben wir hier für uns im Team weiterentwickelt. Und das ist ja auch das, was wir den Leuten beibringen, die das lernen wollen. Bei mir ist es mittlerweile so, dass sich das Blatt auch aufgrund der Geldpolitik sehr, sehr gewandelt hat. Gerade rund um Corona gingen viele Forex-Setups für mich gar nicht mehr auf, weil dieses Momentum aus Wirtschaftsdaten nicht da war. Warum? Ja, weil die Wirtschaftsdaten überhaupt keinen mehr interessiert haben. Alle Notenbanken mussten auf Null sinken, haben sich überhaupt nicht mehr auf Wirtschaftsdaten konzentriert, weil es eben andere Probleme gab. Jetzt kommt das wieder zurück. Ja, auch diese Wirtschaftsdaten-Setups, Zinsentscheide, das nimmt wieder zu. Dennoch ist es so, dass ich, manchmal wird man ja sozusagen Glück gezwungen, mittlerweile viel, viel mehr im Aktienmarkt umsetzen. Besonders im US-Aktienmarkt. Ja, und das heißt, meine Trading-Woche konzentriere ich dann auf wenige Forex-Trades und ein paar mehr Aktien-Trades. Und die Anzahl, da kommen wir gleich auch noch zu. Es gibt bei uns im Mitgliederbereich, also keine internen Trader bei uns, sondern einfach Mitglieder, mit denen wir ja auch in einem täglichen Austausch sind, Leute. Die haben mehr Setups, die nehmen noch DAX mit hinzu, die haben noch andere Strategien und die kommen dann in so einer Woche gerne mal auf 20, 50 Trades. Solange das alles 5-Sterne-Setups sind, weil die aus einem Regelwerk dieses Strategien-Portfolios heraus resultieren, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich kann dir sagen, und damit spreche ich insbesondere auch, glaube ich, aus der Stimme der Berufstätigen, ich mache viel weniger Trades mittlerweile. Warum ist das so? Naja, bei den Forex-Setups schaue ich mir sonntags zum Beispiel einen Wirtschaftskalender an. Ich weiß, wann in der kommenden Woche die wichtigen Nachrichten, die wichtigen Datensätze veröffentlicht werden. Kann mich dann sehr effizient und mit wenig Zeitaufwand vorbereiten, aber das sind oft nur 3, 4 Termine pro Woche. Im Aktienmarkt ist es so, da habe ich jeden Tag, gerade in der US-Session, die Chance von 15.30 Uhr bis 22 Uhr zu agieren. Und da gucken wir uns sehr gerne auch diese ersten 1, 2, 3 Stunden an. So, jetzt bin ich aber nicht nur Trader, wir haben eben auch eine GmbH, die ich mitführe, wo ich natürlich auch Verantwortung habe. Wir haben einen Fremdkapitalgeber, wir haben auf Basis dessen, gerade auch ich in den letzten Jahren, sehr viel Zeit mit Juristen, Steuerberatern verbringen müssen. Und dieses ganze Projekt Trading Freaks ist auch enorm gewachsen. Wir haben mehr Manpower, ja, das ist ja auch eine Führung, die dahinter steht. Und ich fühle mich mittlerweile wie ein Berufstätiger und das ist auch gut so. Was heißt das? Meine Setups kann ich mit ein, zwei Stunden am Tag effizient handeln. In der Regel zwischen 15.30 Uhr bis 17 Uhr, beziehungsweise wir haben jeden Tag um 15 Uhr eine Besprechung im Team. Die Analysten briefen mich, welche Aktien sind für heute relevant. Ich kriege die Watchlist rüber gereicht sozusagen und kann mich entsprechend vorbereiten bis zum Handelsstart. Um 17 Uhr fahre ich nach Hause, weil ich dann Family Time habe. Ich habe zwei kleine Kinder, ich habe eine Frau, die wollen mich auch mal sehen. Und so ist es so, dass mein Handelstag sehr, sehr kurz ist. Und ich glaube, dass das bei vielen unserer Zuschauer sehr, sehr ähnlich ist. Die sind berufstätig, die sind vielleicht sogar bis 17, 18 Uhr mit dem Job beschäftigt und haben dann auch vielleicht erst in den Abendstunden die Möglichkeit. Aber ja, die geht ja dann, die Börse bis 22 Uhr und können diese Setups auch genauso einfach nach hinten verlagern und anwenden. Das heißt, erste Quintessenz, du musst erstens nicht jeden Tag 8, 10, 12 Stunden vor dem Bildschirm sein, wenn du Daytrader bist. Dieses Wort Daytrading bezieht sich also viel mehr auf die Haltedauer der Trades, was wenige Minuten bis hin zu ein paar Stunden sein können. Und zweitens, das ist bei mir in diesem Jahr Novum. Und auch wenn wir sehr, sehr viele Ideen jeden Tag generieren, wenn wir viele Setups haben, wo man handeln kann im US-Aktienmarkt, dann ist es dennoch so, dass meine durchschnittliche Tradeanzahl im Jahr 2022 pro Woche bei drei liegt für die US-Aktien-Setups. Und das ist für mich überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil. Ich bin sehr, sehr effizient unterwegs jeden Tag. Es kann sein, dass ich mich vorbereite zusammen mit meinem Team. Die Session geht los. Es kommt keins für mich in Frage. Es ist kein Setup wirklich komplett erfüllt, sodass ich den Knopf drücke und traden darf. Und dann lasse ich es auch. Und das ist was, was auch die Spreu vom Weizen trennt im professionellen Handel. Du musst die Disziplin haben, auch mal ein, zwei Tage die Füße stillzuhalten. Und der Markt gibt dir vor, ob du einen Trade machst oder nicht. Und hier gibt es nochmal eine Statistik, ja, selbst wenn es wenige Trades jetzt gerade auch für die US-Aktien-Setups dieses Jahr waren, so kann das doch trotzdem profitabel verlaufen. Das ist von mir ein Screenshot, den ich hier einblenden werde. Und das heißt, wenn ich das habe, diese Gewissheit, dass das Setup funktioniert, dann habe ich auch die Geduld, mal ein, zwei Tage nichts zu tun. Und dann kann es trotzdem am Jahresende eine schöne zweistellige Performance sein. Jetzt sind es aktuell knapp 11%. Wir haben fünf Monate knapp rum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch da in diesem Jahr eine Bandbreite von 20 bis 40% Rendite erreichen kann. Und da möchte ich auch nochmal auf unser Forum zurückkommen. Ja, da werden Live-Trades vorgestellt, auch von mir, zu den US-Aktien-Setups. Also alles aus dieser Statistik taucht da auch auf. Wir haben aber immer mehr Mitglieder, die auch ihre Setups vorstellen. Die können auch mal anders aussehen. Wir haben Leute, die dann auch nicht nur auf Breakouts gehen, sondern auch auf Reversals. Da arbeiten wir gerade übrigens auch noch im Setup, um nochmal das Portfolio aufzufüllen. Und dann wird es mit Sicherheit auch im zweiten Halbjahr nochmal wieder eine höhere Trade-Frequenz geben. Aber ich möchte dir einfach die richtige Perspektive mit auf den Weg geben. Du musst nicht jeden Tag super viele Trades machen. Es reicht auch zwei, dreimal in der Woche aus, wenn du Zeit hast. Nochmal wichtig ist einfach, dass du den Trading-Stil findest, mit dem du dich wohlfühlst. Und dann mal zwei, drei Tage nichts zu tun, weil du beruflich eingebunden bist. Oder, ja, in dem Sinne noch besser, wenn du die Zeit hast. Aber du sagst ganz einfach, hey, von diesem Regelwerk ist nichts zu 100% erfüllt. Und du schaffst es, die Füße stillzuhalten. Dann bist du auf einem richtig guten Weg. Abschließend die Frage da auch an dich. Ja, wie viele Trades machst du denn so? Vielleicht gibt es auch noch andere Beispiele. Ist diese Trade-Frequenz für dich relevant? Was hast du da für Erfahrungen oder auch Erkenntnisse daraus gezogen? Würde mich freuen, wenn ich da noch ein bisschen Input bekomme. Die anderen auch mal sehen, wie machen es andere, nicht nur Tim. Und dann, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal, gib uns gerne ein Like und dann sehen wir uns im nächsten Video.